Der Gast steht im Mittelpunkt. Er soll glücklich gehen und gerne wiederkommen. Das ist unsere Unternehmensphilosophie und gelingt nur durch Wertschätzung, die auch uns Azubis entgegengebracht wird. Wir können jederzeit bei allen Problemen mit Familie Weisbach sprechen und das nicht nur bei den regelmäßigen Azubi-Meetings. Man bekommt Unterstützung beim Umzug und wir führen ein Wunschbuch. Für den Fall, wenn jemand einen bestimmten Tag frei haben möchte. Die Bezahlung liegt über der von anderen vergleichbaren Betrieben und das Trinkgeld dürfen wir auch behalten. Und zum Geburtstag gibt es noch einen Extratagurlaub. Einmal im Jahr veranstalten wir ein Azubi-Event. Das ist ein Abend, den wir als Auszubildende komplett selbst organisieren und durchführen. Ablaufplanung, mehrgängiges Menü mit Flambieren, Tranchieren und alles, was noch dazu gehört. Was ich wirklich besonders finde, das sind die simulierten Prüfungen nach IHK-Standards und das sowohl praktisch als auch theoretisch. So kann man sich perfekt auf die erste Prüfung vorbereiten und es wird einem auch die Angst genommen. Zweimal im Jahr machen wir Mitarbeiterausfüge und eine Azubi-Ausfahrt mit speziellen Informationen und Stationen der Gastronomie. Hier im Haus gehen wir höflich miteinander um. Das fängt an bei Bitte, Danke und dem Austausch von Lob und konstruktiver Kritik. Es ist einfach cool hier zu lernen, zu arbeiten und geschätzt zu werden. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.